ARD Text im Auftrag von Funk 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 die ja musste man nur mit von das war ein anderes überlegt dann ich brauche aber das ist ein Hammer warum immer der Heinrich absolute Hammer er kann ich nicht umschübsen Jonas ich habe einen großen Wanderungserbund ich kann nicht umschübsen und geht nicht ne ich bin ein Zombie überall Zombies das ist der Wahnsinn oh das ist ein Omi oh Kinder ich und der Nick hast ja erzählen euch jetzt mal oh fuck Mann der Maxi ne? nein nicht das Fenster einschlagen ich kann schon wieder nicht durchklettern oh ich trinke jetzt erstmal aus dem Klo oh Climb through ohja das war das erfrischendes Klowasser braucht man einen Schraubenzieher von zuhause ähh oh ne tote Maus geil Nudelholz ist noch ziemlich gut so essen ich habe wieder alles mit was auch ziemlich cool ist Essen kann auch verrotten und schlecht werden also da Kühlschränke haben schon so einen Sinn und Zweck oh mein Gott ich bin ja gerade am Ende aussozieren und dabei kann ich schon irgendwas skillen ich habe einen Skillpunkt schade ich habe so das Gefühl bei mir ist es nie so dass es zwei getrennte Inventare sind du gehst oben auf das Herz erstmal und dann kannst du da oben links und dann kannst du da auf äh Skills nächster Skillpunkt ja wenn ich ein Garbage Pack habe ist das doch eigentlich extra Inventar oder? ja da kannst du sekundär ausrüsten ja weil bei mir habe ich jetzt achso ich habe viel zu viel drin Merzpillen ohne Ende wir haben gerade so einen Arzt den gefunden da ist so viel Zeug drin ich habe noch eine Idee was wir was wir richtig gerne machen könnten wir machen das was wir jetzt am Anfang gemacht haben also diese Erzählstunde hast du noch irgendwie könnten wir könnten wir vor jeder Aufnahmesession könnten wir das aus der also die lustigsten Szenen oder so äh rausschneiden und uns dann so die Geschichte erzählen Beta-Blocker Schlaftabletten Schmerzpillen aber wir machen das gar nicht mit den Rollen das ist irgendwie ziemlich schade ein Ingame-Chat wäre geil dann könnten wir uns in TS-Mute und so sagen Hallo das wäre natürlich nein das wäre doch kacke ne das wäre richtig cool also ich meine halt dass wir dass wir immer so ne von der vorigen Aufnahmesession weil der jemand auch anders aufgenommen hat dann eben so die lustigsten oder entertainsten Sachen rausnehmen und dann so die Story erzählen was da passiert ist und dann kommt eben der nächste dran nach 5 Minuten also dass wir so jedes Mal ein neues Intro haben wann bist denn wann ist denn der nächste beim Aufnehmen dran eigentlich eine Stunde also eine Stunde ja also noch ne halbe Stunde wurde da geschossen ne bei mir nicht also wir sind jetzt grad an der Autobahn und hier sind da auch nochmal Tote Zombies der hat an der Autobahn ne bei uns ist das eine normale Straße jetzt mit nem gelbem Strich aber mit nem weißem ja der ist doch weiß und da sind wir ja der ist doch weiß und da sind ganz viele da ist jemand Timmy Turner Hallo ja wo bist denn du irgendwie ja hochgerannt einfach die Straße rauf ich renne runter ich komm Moment mit irgendwie Koordination ist schwierig ja weil einfach auf einmal wegrennen und kein Wort sagt ja da genau geil dann haben wir uns ja gleich alle wir sind jetzt schon zu fünft Alter das ist irgendwie krass wir looten hier grad alles also wir haben schon nen Hammer wir Jonas wir kriegen Besuch Heinrich Heinrich leg nen Zahn zu ich kann nicht rennen ich bin zu schwer beschwert also ich bin ja eigentlich übergewichtig wir haben zwei Backpacks Leute gell boah das voll kacke weil erstmal ist das voll scheiße wenn wir das mit diesem Gespräch und so nicht machen ja das stimmt ich find das auch irgendwie voll dumm dass wir das so machen ich bin nervös Timmy Turner ich bin wir sollten wir sollten unsere Rollen wieder zugeteilt werden irgendwie Gerhard Gröbel Gerhard Gröbel Hey Servus bist du auch vom Ball Servus Hiiii Servus ich bin Franz Obermann Du bist Nicker Gerhard Gröbel Wir sind vier Frauen äh eine Frau und vier Männer das ist irgendwie ich glaub ich muss wegrennen Aaaaaaah die wollen mich vergewaltigen aber man kann's mir vertrauen ich hab den Frauen auch vergewaltigen aber wenigstens hat Toni den lilen Namen bekommen na warum was hab ich für eine Farbe auch nicht du bist bei mir ist Toni ja Lavendelfarben ist eigentlich so Lavendelfarben warum bin ich nervös ähm oh wahrscheinlich weil ein Mädchen da ist wegen der Belly oh ich bin verlockt ich oh du bist Ommone oh komm her oh du Hauch geile Haare oh steh auf Haare oh du hast ja allen was große Haare ich Alter geht's doch mal in das Haus rennen was für ein Möhrer bleib da ja bleib da wir haben es geduldet oh ja oh Gerhard grümmel Gerhard grümmel Gerhard grümmel wir wollten hier in Ruhe also ich hab ja keine Brustfahrer Alter Heda ich hab richtig viel viel zum Essen und Verbandskotten alles also ich bin der Arzt anscheinend also wir können doch gerne um mich kämpfen ich hätte kein Problem echt jetzt lass dir mich da natürlich ja nein der ist ein Nigger Alter ich bin der Arzt Alter Alter du legst du dich grad mit 2 an du bist nämlich auch schwarz ja ich bin nur so Olle wollen wir den See suchen und uns da hinbauen dann ja irgendwo ist ein See ich wüsste auch wo es Ahnung ich wüsste auch wie wir zu dem ja wie wir zu dem darf ich jetzt mal ausreden nein ich wüsste auch wie wir zu unserem alten Platz kommen also wo wir ja das einfach muss noch oben links aber das will ich nicht machen so ich mach mal kurz den Ofen an und ich werd von unten rechts da ist das erste Ei da ist das zweite Ei da ist das zweite Ei und dann geht er ins Haus rein ja ich bin grad hier hast du ja schon wieder alle weiter oder was ja hier ist ein Zombie oben wie kommt hier ein Zombie rein in dem Haus waren wir doch grad schon ja weil hier oben ein Zombie war deswegen du hast gerade reingeschlupft aber wir waren nicht in dem Lebensmittelladen da könnten wir noch schnell hingehen ist das der ich bin dann echt aufbrause und grüblerisch was ist wenn man grüblerisch ist das macht alles gar nichts komm her nein aber was wie soll ich dann meinen Charakter spielen ja Tony und Jonas wollen das doch nicht machen ja dann bist du wütender dann wirst du leichter lauter boah das ist ja gay weil irgendwie ist das langweilig wenn man einfach so spielt also finde ich ja so finde ich es auch kacke aber ich habe schon eine Idee das sag ich euch nach den Aufnahmen wie wir das machen kannst reinglüpfen dann machen wir beides dann machen wir das hier so normal und dann mit dem story erzählen nein Ketchup Kohlekraft was ist oh haben wir Glück der Laden hat genau Orangen Limonade das er offen hat ich habe nur eine Tuss ich habe nur eine Tuss nein Schokolade ich nehme eh nichts mit Chips ich nehme das trinken vor allen Dingen mit obwohl Chips nehme ich noch mit obwohl ich es kann oh ich bin zu schwer beladen oh ich bin zu schwer beladen rotzenplotz ach rotzenplotz ach rotzenplotz 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 ähm wartet mal kurz ich muss mal will jemand einen Schuhrucksack will jemand einen Schuhrucksack will jemand einen Schuhrucksack ne ich habe schon einen aber ne ich habe nur so einen komischen ich bin aufgewühlt und angespannt warum ja weil ihr eine halbnackte Frau rumrennt vielleicht ja ich will schon mal daran gedacht ja wartet mal kurz ich muss mein Inventar kurz reduzieren wie hättest du gut wie hättest du gut wer um so einen halbnacktes Mädel du hast Bock aufm Bier oder so halt's maul ha 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 oh ich bin recht steh nicht auf besoffene Leute also wie ich will ja sagen ich bin ich besoffen ha 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 lass dich mich wieder an ihr halbnotgeilen Schweine eh ey ich bin neuuuun oh warte mal dann lass dich mich auch wieder an oh deine schönen paar haare äh Brusthahre mal ich bin wieder heiß warum bin ich so schwer beladen ich hab doch oh fuck ich hab aus meiner Wester Laken interessiert gemacht was hast du gemacht? Laken Zeug Laken Seile ne Laken einfach was mach ich den noch weg was bräuch ich denn nicht oh geil ich hab nen Batman in meiner Arsch in meinem Arsch ich hab Batman in meinem Arsch ähm da liegt ein Rucksack für einen da liegt ein Rucksack für einen ich will ich hab schon einen will einer von euch Essen haben? oder kannst du das dann erstragen weil wir Inventars folgen ja nix, mir ist schon schlecht, ich mach sich immer was folgen dann eh schon da drin ich kann alles nehmen und mir funktioniert das irgendwie nicht mit dem Inventarschild go go, alle im Kreis aufstellen, Lagebesprechung Lagebesprechung der Anführer wir müssen jetzt alle in den Kreis ums Magazin entstellen aus Brunner nein, du konntest aufschlagen nein ey, wo bleibt ihr denn? ey, warum seid ihr schon gegangen hier? ich dachte ich ja oh mein Gott, das ist chaotisch das ist ein Ei ja, Lagebesprechung jetzt, im Kreis aufstellen ja, Lagebesprechung jetzt, im Kreis aufstellen, Gogo also das ist kein Kreis, Leute das ist ein Ei du hast dich in der Schule gelernt der Zombie will mitmachen der Zombie will mitmachen ja, der kann gerne mit in den Kreis ja, dann los, dann los, dann los in den Kreis, Zombie alle rauf! ich will Franz Obermüller töten ja, der Pulle macht's wieder also, wir müssen ne Säge finden und dann können wir unser Haus bauen ich bin der Schreiner wir brauchen doch erstmal nen Ort, wo wir was bauen ja, erstmal brauchen wir ne Säge wir folgen der Straße erst mal ok ja, ok alle mir hinterher nein, warte, stopp! nein! ich kann aber noch nicht ich bin noch am Unsortieren kompanie, heil ey, und Franz Obermüller ich muss mich wieder auf... ich muss mich wieder... ausziehen ich kann euch noch nicht so früh gehen ich muss mich erst ausziehen mir ist heiß, ich muss mich nackig machen komm her komm her ich suche mir grad noch ne Beste Beta-Blocker, nehmen Benni rotz, Schatz boah, so wichtig ist das einmal das behinderte, was es gibt, Mann ich bin der Anführer, ich bin ne... oh, Benni ja gut, dann bin ich deine Frau dann sind beide Führer ok, komm her oh ja was wir denn... ey, wieso bist du seine Frau das ist unfair ich kenn dich viel länger ja, aber Gerhard Gröbel hat geilere Brusthaare als du ich hab nen Sickdreck und ich hab schonmal... ich hab Arschwasser, guck hast Tommy drin? ja, aber... Arschwasser natürlich oh, Gerhard das ist... unwiderstehlich lass das eh... lass das Ehepaar da drin einfach verrecken ja, lass... lass dann mal schnell das Herd anzünden ich bin 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 der Grandpa von euch gehalten das Herd anzünden wir betreiben hier in den Zucht, okay wir könnten voll The Walking Dead noch machen irgendwie Essen Essen Ah ja Internet Ja ja Draht, da ist Draht wie heißt der? Oh my god Oh my goodness Oh my goodness Oh my goodness gracious da boah, das ist ja eh gleich vorbei er süßt das ist ja kein Problem Oh ja, da will ich ausm Klo saufen ey, Frau, nimm das mal auf Oh ja, lecker Oh, Klowasser Oh, wieder 20 Zigaretten Nice Alter Alter Ey, das ist ein Schuhranzen für jemanden, da ist ein Schuhranzen Ist sie, wie viele Zigaretten nicht? Mittlerweile, ich hab das Recht Ja, ich komme damit ja auch bis morgen Oh, aufzurauchen Ne, ohne Scheiß Ich hab 60 Zigaretten Ich wusste den Schuhranzen Die zwei sind mein Problem, wenn du raus da war Weil, warum gibt's da nur Kinder zu rauchen? Weil, warum gibt's da nur Kinder zu rauchen? Mit der unangenehm heiß Ach da, okay Skullback ausziehen Kann ich den Skullback nicht sekundär ausrüsten? Arsch mit der Reis Soll ich hier mal kurz alles rein? Muss irgendwas, kann jemand was zu essen von mir mitnehmen? Ne, ne, falschen Fall Toni So Ja, klar, ich muss mich ausziehen Erstmal alles hier reinpacken Ah Ne, warte, kochen für nicht mehr anfänger Ah Ja, okay, gut Während ich das hier kurz alles umsortier Der Koch seid ihr im Koch Der pflecht ist mir wieder vorbei Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Amen